hallo leute und herzlich willkommen bei einer weiteren aufnahme von feed the mega projekt leute ich glaube mal ich muss hier erst mal ja ich war ja dabei eine fackel hinzustellen und ich dabei den killmaster zu suchen schick mal koordinaten sag mal kommt zu dir man sieht mal meinen namen eigentlich so ne ne eben nicht soll ich zur schlucht kommen nein ich suche ja die schlucht darum sagt mal deine koordinate an der minimap plus 97 und plus 39 ok gut ja digga ich habe eisen okay ich sehe deinen namen dann machen wir hier oben alles ab hier nein boah digga ein herz digga schlucht runter gesprungen oder was nein nicht mal einfach nur noch mal gelaufen digga jetzt darf ich keine fehler mehr machen ok tschüss ok so weg ist er waren der scheiß regen alter kann man das mal aufmachen wohohohohohoho wtf alter wtf wie viel sachen hier sind wtf man nein digga nein wenn ich jetzt gestorben wäre denn was dinge oh digga jetzt ist eisen vorrat und alles so ne alter ist kann man nicht ist auch uran ja glaubt schon ich will nicht irgendwas nukleares bauen läuft es dein name weg nach da unten Kommt man da irgendwie lebend runter? Ja, indem man sich runterbaut Ist da nicht ein Wasserloch, hast du gesagt? Nee, nee, da ist kein Wasserloch Ich bin in dieses Wasser da in der Schlucht gesprungen und... Überlebe ich das? Nee Warum nicht? Weil man das nicht schafft so normalerweise Ich lebe Geschafft Patrick, ja? Und gleich mal Uran geformt Soll ich zur Schlucht kommen? Jo, kannst machen Alter, kannst du richtig schön formen, fällt mir gerade ein Alter, ich hab hier schon wieder was gefunden zum Farmen, Alter Was denn? Warte, Alter Komm, ich... Warte mal, ich guck mal, was du aus Uran machen kannst Alter, Digga Digga, Alter, wenn ich... Oh ja, Uranblock, Alter... Oh ja, Uranblock, Alter Der ist ja mal richtig geil, der Uranblock, Alter Okay... Muss ich das in den Ofen packen, oder was? Hey, naja... Irgendwie... Was denn? Was denn? Na was denn? Was meinst du? Hm... Hm... Weiß nicht... Ich komm mal wieder... Raus hier... Ah, du kommst, ich seh's... Auf der Map... Ich komm nicht, ich mach jetzt schnell mal hier in den Ofen, ne? Und dann geht los Jo, was machst du dir dann? Dann verbrenne ich erstmal hier... Dann mach ich hier erstmal ein bisschen Eisenbrennen Gut Sechzehn Eisen Jo Komm her, komm her Gleich Brauchst du dir alles ab, oder was? Na erstmal die Erze Ah, ich hab ja noch drei Eisen, bin ich schwul? Nein Doch Haha Man, das sollte so ne epische Folge werden, so richtig schön produktiv Und was passiert, wa? Ja, na klar Das muss mal passieren, so weißt du Mich wundert's ja, dass ich immer noch lebe Tja, weil ich geschworen hab, Alter, du musst überleben Scheiß, Pilze braucht keiner So Ich... So Alter, wie ich hier schon alles abfarme, weißt du? Ich auch grad Hä, wo waren denn hier Skelette, Digga? Die sind schon wieder weg Lol Das waren aber Monsterhaus Will ich mal sagen Oder? Nee Nicht? Hä, waren denn nicht aus? Ja, aber mir sind dir keine begegnet Ja, dann sind die wieder weg, hab ich doch eben gesagt, Mann Na, wer weiß Schau mal in eine Aufnahme denn Ja, ich hatte vorhin auch ne Spinne verfolgt, aber die war nicht da Mann, was brauch ich denn hier nicht Hab ich den Setzling? Ja Ja Alter, hier Urani Uran, ne? Krieg ich das? Ja, irgendwann mal Tausch, äh, Tausch, Tauscharmel, ne? Ey, ja Boah, Alter, ich wär jetzt so knapp fast gestorben Ein Fehler und ich wär auf den Scheiß Kristall getreten Das wär's gewesen, Digga Ich wär wieder so eiskalt verreckt, ich hab nicht nur noch ein Herz Was machst du grad? Auch vorm? Ich farm, ich farm hier grad noch Okay, ich auch Und der Regen, Alter, der ist so nervig, Digga Wie viel Level hast du? Sieben Cool, ich hab 20 Läu, was kann ich jetzt? Feuer, Stein Alter, Digga, Digga, Alter Hier Hier, Alter Wie man hier farmen kann Leg, Standbild Sicherlich bei ich Alter Was'n? Wie man, wie man hier farmen kann Hm? Merkst du dir mal die Schlucht? Wieso? Hast du Waypoint gesetzt? Ja, na klar Ich auch Mach jetzt auch ein Waypoint Boah, Alter So, jetzt geht wieder Oh, Mann, Alter Wieso habt ihr immer Standbild, Leute? Hey, wer hat ein Standbild? Naja, ich kann nix mehr machen, Alter Ich kann nix mehr machen Lol Lol Lol, Alter Ich steh jetzt hier nur rum Kann mich kaum bewegen Weil einfach Fietebeast scheiße ist, Alter Nein, nicht Fietebeast, dein Laptop Nein, geht ja nicht Alter Bei mir läuft ja Minecraft auch flüssig, Junge, Junge Hm Ich geh mal kurz zum Menü Jo Ich geh jetzt erstmal nach Hause, ey Digga Alter, Digga, beschütz mich doch Der nimm meine Ressourcen schonmal mit Mensch, du störst nicht Na klar Ich seh keine Monster Achso, kommst du gleich wieder? Ja Denk immer Bring aber erstmal meine Sachen weg Sicher, sicher Sicher Weil ich hab so viel gefa- Wow Lol Was denn? Digga, Alter Ich hab so viel gefarmt, da kann ich das jetzt nicht riskieren Lol, ich steh auf unsichtbaren Blöcken Lol Mann, Alter Alter, ich nehm gleich hier mein Holz, Alter So, endlich Trautes Heim, Glück allein, Digga Wie wir wissen, ich weiß gar nicht Ich glaub die letzten Folgen sind so 10, 15 bis 20 Minuten so in der Dreh Oh, Digga, Alter Ich glaub, ey, das war für heute Die erste, äh, die letzte Folge wieder Ja Wieso, Alter? Warum? Leg, man Jo Na ja, wir können die ja noch zu Ende machen kurz und dann können wir Können wir ja aufhören Ich geh, ich geh jetzt auch nach Hause, Alter Jo, bringst du deine Ressourcen weg? Ne? Warte, warte, ich Oh, komm, Mann Ich setz hier ein Waypoint denn noch So, komm, leckt man nicht so rum hier Alter, wo ist die Kohle hin? Da Alter, wie das leckt hier Ja, aber seitdem ich in der Höhle bin hier Waypoint Ähm Was mach ich das? Ähm Mh Mh Oh, komm, schreib jetzt endlich mal hier Alter, wieso schreibt das denn die? Hallo, schreib doch mal Oh Oh, endlich Mh 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 Was macht denn das Slack-Fernance? Weißt du das? Ja? Slack-Fernance, was der macht Keine Ahnung Mh 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 Oh, komm, Digga. Jetzt gehen wir mal hier auf 1. Mann, Alter. Ich hasse diesen Server, ey. Nur auf, wirklich, nur auf diesen Server lag das, ey. Ganz ehrlich. Jo. Ey, komm, lag, Alter. Lag, man. Jetzt kann ich nur noch... Alter. Windows-Taste. Alter, ich fahr gleich mein PC runter, ey. Ganz ehrlich. Jo. Ich pack hier erstmal noch ein paar Ärzte rein. Ich kann das nicht mehr riskieren, Alter. Jo, Digga. Also, liebe Leute, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Minecraft-Freunde. Warte, warte, warte. Nein, warte. Ich muss Schluss machen. Wieso? Darum, lass die Folge beenden. Nee, ich geh jetzt noch nach Hause, Alter, in der Folge. Gut, ich sag schon mal Tschüss, verabschiede mich für diese Folge und dann bis zum nächsten Mal mit eurem The Only Gamer HD. Tschö, mit, äh. Äh, Alter, ich nehm, ich, äh, ich geh, ey, und durch den Regen, ne? Spack, Alter, nein, Mann. Ey, was ist das denn, ey? Ich bin mal kurz weg. Alter, ja, mach das, Alter. Alter, was leckt das denn so? Alter. So. Alter, ich versuche jetzt... Alter. Alter, kann's... Kann man nicht bringen, Alter. Kann's echt nicht bringen, Alter. Boah, jetzt warte ich Stunden. Warte ich Stunden. Und schon wieder leckt das gleich. Leck. Leck, Alter. Fly Hack, Mann. Fly Hack, Digga, Alter. Kann er nicht bringen. Minus-Taste. So, jetzt, jetzt hackt es... Alter, nein. Nein, Mann. So, Digga. So, und Fly Hack schon wieder. Leute, glaubt es mir. Alter, das nennt man Fly Hack, Mann. Hier seht ihr in diesem Let's Play. Weil, da da kein Opti-Find drin ist, seht ihr nur ein C drauf. So. Leute, Alter. Das kann man halt Thumbnail nehmen. Voll fett, weißt du. Alter, nein, Mann, Leute. Das kann ich euch nicht antun. Alter, fuck it. Was ist das denn? Oh, ha, ha, ha. Alter, Alter. Immer schon ruhig bleiben. Einatmen und ausatmen, Leute. Das ist, glaub ich, schon die... ...zehnte Aufnahme oder so. Und, Alter, nein. Nein, Alter. Kann ich nicht springen, Alter. Oh, Alter. Auf diesem beschissenen Server, Alter. Nein. User in your channel timed out. So, gut. Er ist gegangen, gut. Okay. Hä, wo lang muss ich denn jetzt? Ich lauf jetzt nur noch so. So komm ich, glaub ich, an... Irgendwie, er hat gesagt, mit der Eisenspitzhacke soll man die Dinger abbauen. Probier ich das gleich mal aus. So, so. Hä? Mit der Eisenspitzhacke? Naja. Lüge. Lüge. So. So, dann lauf ich hier noch schnell rum. Alter, fuck it, Junge. Kann ich euch nicht antun, Junge. So. Na, jetzt geht's, Alter. Jetzt geht's. Wo er aus Teams wie groß ist. Jetzt geht's. So, Leute. Packe ich da noch schnell. Eisen rein, pack so rein. Packe ich so rein. Packe hier das Eisen rein. Packe das so rein. So, Leute. So. Hä? So, dann das noch. Das noch. Und so, das da hin. So, tehe ich das noch schnell ein. So. So. So, meine lieben Freunde. Stelle ich mich mal wieder hier oben rauf. So. Da bin ich hier. Das war's. Mit dieser geilen, aber feinen Runde. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ey, können wir uns da dreißeln. Ciao. 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 Ciao.